ok hi zusammen also das ist jetzt ich mach mal hier kurz mein handy aus so sehe ich das bild des livestreams ja also ich werde zukünftig immer mal sporadisch kurze livestreams machen und zwar immer dann wenn es irgendwelche prägnanten technischen dinge gibt die ich euch zeigen will die euch vielleicht helfen können oder interessant für euch sein könnten allzu lange werden die nicht sein weil die meisten leute für sag ich mal stundenlange videos nicht unbedingt die die ruhe und konzentration aufbringen können aber ebenso kurze dinge die eben gewisse wichtigkeit haben zeige ich dann ja das ist meine kleine werkstatt hier ein mann betrieb schon immer gewesen seit 79 habe ich naja gut ich würde gar nicht mit dem ganzen kram lang weil jedenfalls ich mache das schon mein leben lang freie werkstatt vertragshändler die tun mir alle leid da würde ich auf keinen fall mit tauschen wollen am besten man macht alles für sich alleine dann hat man keinen der einen unter druck setzen kann und das ist das geilste was geht ja das war es eigentlich schon ich strebe hier mit der gruppe 7 hier oben mit einem externen sennheiser richtmikrofon das angeschlossen ist wenn wir mal gucken ob das sound etwas besser ist als der der gruppe hero selbst obwohl auch nicht schlecht war aber ich teste deswegen einmal ein stück weiter weg hallo hallo hier bin ich hinter dem moped ja also die live streams die ich dann machen werde die sind unter umständen auch kurzfristig also heißt nicht unbedingt tagelang vorher angekündigt weil wenn ich gerade bock habe und das ergibt sich was mache ich was und ich habe schon gemerkt wenn ich manchmal sage dann und dann mache ich ein live stream oder überhaupt ein video und ich habe dann keinen bock dann mache ich auch keinen ich kann mich da schlecht zwingen es ist bei mir immer sehr tagesform abhängig und ich habe keinen bock wieder stress zu machen insofern wenn es passiert passiert und wenn es nicht sein soll soll es nicht sein okay bis dahin viel spaß und es kann ja schon bald losgehen mit einem interessanten video für euch bye bye bye